Da ruf ich direkt an. Was haben Sie denn für ein Problem, sagen Sie mal? Ich mach den Winter zum Sommer, Ammonakolm. Sind Sie nicht ganz dicht in der Murmel? Die 31er, die haben verraten, Ammonakolm. Alle Hamburger kacken sich ein. Ja, das ist doch nicht mein Problem. Kommen Sie hier ins Geschäft, wenn Sie was von mir wollen. Sie kehren immer Ammonakolm. Was wollt ihr machen, Ammonakolm? So schon mal gar nicht? Sie müssen zu mir ins Geschäft kommen, am Telefon mach ich überhaupt nichts. Sie haben nur einen Knall, was? Ja, Bruder, dafür bin ich stolz. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Mielen. Ich bin Gillette Abdi. Ja, hallo. Ich weiß nicht, wer ihr hier seid, Ammonakolm. Um was geht es denn? Ihr Scheißbassade. Wie bitte? Ja, Fotos machen, wenn wir wollen. Nein, das mach ich nicht. Dann wird nochmal rasiert. K1 ist einfach eine Schwuchtel. Ja, das kann viele sagen. Ja, Mann, ich rasier ihn wirklich. Ich rasier ihn wirklich, Ammonakolm. Mit Benzin, mit alles. Ich auch. Auf Wiederhören. Ich ruf mich direkt an. Menzel, guten Tag. Ich rasier alle als nächstes. Mit Benzin. Also ich werde am besten mal bei der Polizei anrufen und mich mal erkundigen, was man gegen sie tun kann. Was wollt ihr machen, Ammonakolm? Du Göttveren. Am besten du kommst mal hier in den Laden zu mir, damit ich dir immer richtig welche aufs Maul hauen kann. Hier ist mein Messer, Bruder. So werde ich dich abstechen, Ammonakolm. Also wenn du mich nicht in Ruhe lässt, Junge. Irgendwie krieg ich dich, ja. Ich bin aus Kiel. Ich bin Kurde, Bruder. Die Stimme kommt mir auch bekannt vor. Dann setzt das was. Ich fick deinen Fotze. Ende im Gelände. Du Pissador. Ich fick die ganze Szene, Ammonakolm. Und dich auch am meisten, Ammonakolm. Du bist ja so ein Dreckspissador. Was wollt ihr machen, Ammonakolm? Ich fick hierhin ran. Hast du dir ausgerechnet mich ausgesucht? Du Pimmelberger. Und jetzt lässt du mich in Ruhe. Ciao.